hallo halt ich habe noch nicht aufgenommen so wir stellen vor ausrufe zeigen zum aktivieren einfach wasser hinzufügen warum habe ich nur so schrott alles gibt es denn ich habe alle ausgewählt wir stellen vor adolf hitlers gas rechnen zum aktivieren einfach was wir stellen vor dieser tanga 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 ja was dazu und dann ist er aktiviert ja mit der tanga hey perverse es ist adam und eva und nicht pum 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 und pum 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 schreibt ja schon wieder was jetzt kommt bestimmt man und genie älter dann muss aufdecken ach so tschuldigung hey perverse ist adam nicht kamer und wie ja hey perverse ist adam nicht zwei zwerge die in einem eimer scheißen und die achse haare deiner mutter ok da muss ich das nehmen zwei zweck hinein einmal scheißen im nachhinein scheint es offensichtlich dass niemals heilen würde also jetzt würde ich gerne sehen was tobi hat wuhohoho nein fuck alter warum mach ich das nein ah wo kann man die karte wieder zurücknehmen nein oh nein wie wie war die karte ah egal mach ich das jetzt 12 im nachhinein scheint es offensichtlich dass auf der säuglingsstation in die brutkästen furzen krebs und lungenentzündung niemals heilen würde das ist eine wassermelone die mikrowelle gegeben und dann laut ficken bis sie fertig ist lautlos ja ich hab mein bestes aussehen weggeschmissen so dumm alter ich hatte noch irgendwas mit autismus ja wirklich heilige scheiße russland da hätte mein erstes wieder gepasst ja ich mach das ist das wort heilig auch genau sagen doch gleich was die karte ist heilige scheiße die heilige schriftrolle der vergewaltigung ja wirklich heilige scheiße russland das befriedigende geräusch dass ein ziegelstein macht wenn er sich mit einem menschlichen schädel verbindet bei mir ist das wort heilig noch mit drin er sagt ihm doch gleich was für eine karte du hast du das größte cosplay aller zeiten drei karten richtig geil passen dann so stein aus das größte cosplay aller zeiten waschbären mit lichtschwert das größte cosplay aller zeiten king korn setzen auf oder ein waschbären waschbären mit lichtschwert an mit zwei waschbären achso waschbären sogar ja alles das heißt nur alter ja dann waschbären mit lichtschwert an waschbären stelle ich mir gerade vor allem mit lichtschwert wie groß king kong ist und wie groß so ein waschbären je mehr leute ich treffe desto mehr klingt nach einer wirklich guten idee ja noch 29 28 nervt nicht je mehr leute ich treffe desto mehr klingt schokolade mit sperma geschmack wirklich gute idee je mehr leute ich treffe desto mehr klingelt glumanda in einem wassertank einsperren nach einer wirklich guten idee glumanda aber echt das kannst du ihm nicht antun arme glumanda hallo es geht um glumanda ja recht in den tagen vor ihrem tod schrieb maria angelou einen bewegenden aufsatz wieder schrieb maria angelou einen bewegenden aufsatz wieder schrieb maria angelou einen bewegenden aufsatz wieder Donald Trumps dritte Buchstattung über Fentner überfahren, weil es vom Staat dafür eine Prämie gibt. Oh, die hatten wir auch schon mal. Ich weiß, aber ich hatte echt nur Müll. Punkt, Punkt, Punkt. Ist die häufigste Ursache für Blindheit bei weichen Männern? Dum, dum, dum. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine Sache für Blindheit bei weißen Männern. Ein Ex-Infektor oder eine Flasche Jägermeister. Eine ganze Summe. Ja, aber warum sollte man davon blind werden? Ja, wenn du eben den Jägermeister in die Augen schüttest. Och, Manu. Ich bin den Penis. Du Hörst, Alter. Du Penis. Du stinkst ab. Hm, nur girly Dinge. Hä? Was? Knusperparty. Ja. Alter. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Ich nehme das. Ach du Scheiße. Okay, wenn ich das jetzt nehme, was ich gerade habe, ne? Ich hoffe, ihr kennt auch diese Hintergrundgeschichte. Oh, ja. Wahrscheinlich nicht. Doch, bestimmt. Bill Cosby. Nur girly Dinge. Brust warten so hart wie Kugeln. Bill Cosby war doch das mit diesen Vergewaltigungsdingern, ne? Genau. Ah. Ja, aber es war nur ein Gerücht, oder? Zumindest wurde er dafür angeklappt. Ah, ja. Weiter zu Dr. Phil. Wie sie mit ihrem Kind über... ...weiten können. Was nehme ich denn jetzt? Die Qual der Wall... Ich nehme das. Prost, Leute. Go, Leute. Go, Leute. Oh, yeah. Oh, yeah. Hallo, ich habe doch abgeschickt. Ah, haha, als ob ich den Punkt geschenkt bekomme. Nee. Du hast ja keinen Punkt gekriegt. Doch. Nee, wenn die Zeit abfällt, denn... Versuchen sie nicht, ihre Oma pump, 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 weiter zu bringen. Felschi! Doch ich hatte erst zwei, glaube ich. Und jetzt habe ich drei. Also. Versuchen sie nicht, ihre Oma... Na, ich würde auf die Antwort. Jenny? Nato? Hast du den PC schon kaputt gemacht? Nö. Vor voller Lüge, äh, Wut. Vor voller Wut. Scheiße, ich habe nichts. Ja. Okay, versuchen sie nicht, ihre Oma unorthodoxe sexuelle Positionen beizubringen. Versuchen sie nicht, ihre Oma... Ich fühle mich ein bisschen vergewöhnt. Warum? Hä? Hast du das jetzt geschrieben? Nein. Richtig? Das ist aber gut. Warum sagst du nicht... Hä? Ich habe nichts. Weil das nicht zum Satz passt. Das passt überhaupt nicht, Manu. Was hab ich jetzt wieder für ein Schweinfarkt? Ich fühle mich ein bisschen vergewöhnt. Ähm... Das passt einfach. Unorthodoxe sexuelle Position. Das ist aber auch, Alter, mit den Knochen so ein Knagen. Deswegen sollst du es eher nicht beibringen. Ja, eben. So ist das eigentlich schon besser. Wenn es in ihrer Nachbarschaft etwas Seltsames gibt, wen werden sie anrufen? Scooby-Doo. Oder die Ghostbusters. Also ich würde die Ghostbusters anrufen. Ist klar. Na ja? Scheiße, Mann. Alter, ich habe nur... Ich mache das. Ich rufe die an. So, sie werden... Die Jonas-Brüder anrufen. Wir wollen die nochmal. Ja, okay. Diese Milch-Bubbies, die gesungen haben. Ja, die Jonas-Brothers. Die Jonas-Brothers. Japaner. Alter, die will die auch anrufen. Boah, jetzt habe ich automatisch verloren, du altes. Oh, nein, drei! Alter, scheiße. Ja, okay, Mann. Die letzte Ultra-High-End-Luxus-Limousine von Bentley ist mit... ...und ausgestanden. Oh, das ist mies, das ist mies. Oh, Alter, ich habe nicht das... Ich weiß nicht, das dritte... Ach, nehmen wir das. So, die neueste Ultra-High-End-Luxus-Limousine von Bentley ist mit... Jack the Stripper, Tankstellen-Sushi und einer weißer... Achso, ein weißer Rast-Safarianer der oberen Mittelklasse, der die Ganya-Raut ausgestattet. Oh, das ist so fies, ey. Oh, das ist so fies, ey. Ey, das war echt arschig. So, danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, beinhaltet die Glocke, kommentiert das Video... Was habe ich vergessen? Kaufen ohne... ...und Spend-Eis-Artikel. Ja, ab und keinen. Und Spend-Eis. Nein, hört... Tobi hört auf mit dem Scheiß, haut rein, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.